Der heutige Cup-Final der Frauen hatte alles zu bieten zwischen dem FC Zürich und dem FC Krienz. Apokalyptische Regenfälle. Dann in den letzten Sekunden noch der Ausgleich, eine Verlängerung und das Beste am Ganzen. Wir hatten heute auch den richtigen Sieger. Wir haben heute auch den Ballen Schraube backen, dem FC Zürich auf systems Materialienverbrechen. Es war, denke ich, ein fantastisches Frauenspiel, riesen Werbung. Ich denke, die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Wir hätten es gerne, natürlich, nach 90 Minuten klargemacht, aber riesen Respekt an Krian. Sie haben echt toll mitgefaltet, aber jetzt sind wir natürlich glücklich. Meine Ladies haben es nochmals spannend gemacht, haben, glaube ich, eine Verlängerung gewonnen. Aber schlussendlich, denke ich, haben wir verdient und gewonnen. Ein riesen Kompliment an der Mannschaft, ein riesen Spiel. Der Platz war sehr tief mit der Zeit und es war schwierig. Aber wir haben trotzdem versucht, Fußball zu spielen und haben uns weiter in Chancen erarbeitet. Und ich denke, schlussendlich, wir haben verdient gewonnen. Am Schluss, wir hatten es ziemlich lange im Griff gehabt. Ja, und dann hat es, dann hat es auch regnet. Und dann ist es irgendwie, ja, ist es eigentlich nur noch, hat es das Spiel nur noch auf Zufall, ja, ist es nur noch auf Zufall gegangen. Und dann haben sie am Schluss noch das Goal gemacht. Aber wir haben uns dann zurückgekämpft zum Glück. Wir haben dann zum Glück noch das Goal schiessen in der Verlängerung, ja. Und haben es dann jetzt geschafft. Aber es sind beide Sieger, wirklich. Aber wir dürfen den Pokal holen, das ist das Geiste. Ja. Ja. Und es fühl's like today So just hold on tight and let it slip away And it feels like today So just hold on tight and let it slip away So just hold on tight and let it slip away